Was geht ab und was geht down meine Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute geht es um das Video, der landet zwischen einem verschneiten Steinkopf, einer Filmkamera und einem goldenen LKW. Wo ihr das ganze findet und was ihr dafür tun müsst, wie immer hier auf meinem Kanal in einem kurzen, knappen Video. Wenn du jetzt neu auf dem Kanal bist, lass auf jeden Fall schnellstmöglich ein Like da oder auch ein kostenloses Abo, um mich zu supporten. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wäre eine dicke Ehrenanaktion. Um die nächste Stufe freizuschalten, müsst ihr einfach nur hier bei Shifty Chef zwischen Shifty und Tilted einfach landen. Hier gibt es schon so einen weißen Flag, ihr seht schon selbst. Da könnt ihr dann landen und sagt euch dann hier den Stern ein. Ihr müsst natürlich auch schon die vorigen Aufgaben abgeschlossen haben, sonst geht das nicht. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Peace out, more folks. Peace out, more folks.